Please hold for a very important message. Ja, ne? So. Und einige von euch waren ja verwirrt, weil ihr wart so, hey, du redest da über deinen Freund, seid ja wieder zusammen? Und ich so, nein, nicht nur, dass ich 10 Kilo dünner war, sondern ich war damals auch vergeben. Und das ist über ein Jahr her. Das ist irgendwann im September gewesen. 18.09., Leute. Das ist ja ein gutes Jahr her. Und was ich da auch für eine Scheiße gelabert habe. Alter, was man sich alles so zurechtspinnt und erzählt. Ja, ich erzähle da nämlich so. Ja, also ich dachte auch, ich könnte keinen Dreier haben, aber jetzt kann ich einen haben. Ja, warum? Weil er das wollte. Und ich habe versucht, mich zurechtzubiegen. Natürlich wollte ich keinen Dreier mit ihm haben, weil wir auch keine stabile Beziehung hatten. Also ich sage jetzt nichts prinzipiell gegen Dreier, ne? Aber nicht, wenn alles andere wackelig ist wie ein Wackelzahn. Also bei uns war ja alles wackelig, auch zu dem Zeitpunkt. Gar keine Sicherheit, gar keine Nähe. Ja, und dann Dreier hier, ey. Naja. Genau, und dann hatte ich zuletzt Sommerhaus der Stars gemacht. Stimmt, wo ich gesagt habe, lauf, Jessie. Laufen Sie bitte. Genau, und jetzt bin ich wieder da. Liebe Leute, bei mir ist diese Woche richtig viel los. Ich war ja am Samstag in München. Eigentlich nur von Samstag auf Sonntag, weil ich da bei den Ladies von True Love beziehungsweise von Mord auf Ex war. Da wurde vierjähriger Geburtstag gefeiert von Mord auf Ex und Lounge Party von True Love. Also hört da gerne rein. Wenn ihr schon auf Spotify oder Co. und Co. unterwegs seid, hört auch gerne bei Trashologie rein. Das ist nämlich mein Podcast. Die zweite Folge handelt um, handelt von Valentina und Can und warum er ihr quasi ausgeliefert ist. Und ihr werdet sehen, da sind viele Gemeinsamkeiten auch zu mir. Ja, der Can und ich haben viel gemeinsam. Hört gerne rein. Hier oben ist der Link, da gelangt ihr direkt zu Trashologie auf Spotify. Und Donnerstag, also übermorgen, gibt es auch schon die dritte Folge. Und da bin ich auch richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Viele von euch hören uns sehr gerne und haben uns gerne in ihren Ohrmuscheln. Und es freut mich sehr. Und die Pia K. Bitch, meine Psychologin, Psychologinnenfreundin, die freut das auch. Wir machen das alles mal ein bisschen anders. Diese ganze Beleuchtung der Gestörten auf eine liebevolle Art mit Herz natürlich. Falls du neu bist auf diesem Kanal, dieser Kanal heißt Haniel Jakimowski, dann freue ich mich, wenn du ein Teil der Schnuffelhasen-Community werden möchtest. Klicke auf Abonnieren, sei kein stiller Zuschauer. Lass uns hier wissen, mich und die anderen Schnuffelhasen, was du denkst über Temptation Island VIP Folge 7. Auch wenn man so denkt, es wird nicht mehr schlimmer. Liebe Leute, dann wird es denitiv schlimmer. Ich kann es euch sagen, der Unmut ist einfach Unmut. Einfach, findet ihr den auch so unangenehm wie ich? Ich versuche das jetzt mit maximaler Ironie und Humor alles hier mit euch durchzuseppen. Weil ich möchte mich da nicht reinsteigern. Aber ich kann euch schon mal sagen, so Sympathien für den Unmut sind zero. Zero. Ich verstehe diesen Menschen nicht. Ich verstehe nicht, wieso ein Mensch, wie sowas entsteht. Naja, wir wissen es ja. Was wollte ich euch noch erzählen? Gibt es noch irgendwas, was ich erzählen könnte? Achso, ich habe am Freitag wieder meinen Ex gesehen. Das kann ich noch sagen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat für zehn Minuten was mit mir gemacht. Dann war es wieder weg. Das ist schön. Es ist ein Erfolg. Ja, es ist wirklich ein Erfolg. Und soll ich das jetzt erzählen oder nicht? Das nächste Thema. Ich droppe es einfach mal. Und ihr könnt Fragen dazu stellen, okay? Ich hatte am Wochenende in München einen Dreier. Und zwar mit einem Heteropar. Und jetzt geht es los. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf diese Verführerinnen. Aber warum hältst du dein Versprechen nicht ein? Ich bin sauer. Ich bin wegen dir hergekommen. Ich verstehe es auch. Also, da glaube ich auch nicht, dass das geschauspielert ist. Sie sieht keine Gefahr für die Beziehung. Aber sie denkt sich so, Junge, du hast mir Dinge verboten, scheinbar. Wobei ich mir das bei Easy gar nicht vorstellen kann, dass er auch noch irgendwas verboten hat. Und dann hält das selber nicht ein. Und ich glaube, das tut uns beiden ganz gut, wenn wir auch mal so ein bisschen unsere Privatsphäre haben. Sie ist in einem richtig falschen Film. In einem richtig falschen Film. Nicht nur, weil die keine Privatsphäre haben, weil da ein Kamerateam dabei ist, sondern auch, was denkt sie denn, dass die jetzt gerade in der Kennenlernphase sind. Scheinbar, ne? Sie denkt, sie ist bei Love Island. Das ist schon ein paar Mal vorgefallen, dass hinter meinem Rücken schlecht geredet wird. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir sind dann reden wir nicht schlecht übereinander. So, weißt du? Ja gut, aber was du gemacht hast, also sieht das an der eigenen Handlung? Das, was du gemacht hast, ist ja noch schlimmer als schlecht reden. Verstehst du? Erstens, numero uno. Und numero dos, wie sie da sitzt, ne? Die verständnisvolle, potenzielle neue Partnerin. Schau es dir doch einfach mal bei Alex und bei Vanessa an, ne? Als sie da drin waren, natürlich noch Friede, Freude, Eierkuchen. Wir schreiben uns Gedichte und ein Jahr später tot. Das Leben ist aus ihrem Gesicht raus. Die wird genauso sein wie Jana Maria ein Jahr später. Alleine, dass ihr das überhaupt sagen müsst euch gegenseitig, sagt ihnen schon sehr viel. Verstehst du? Ja, sie weiß jetzt natürlich alles besser. Sie ist natürlich so, ey, das ist sowieso voll die Falsche an deiner Seite. Was ich mir mehr wünschen würde von Jana Maria ist einfach das, dass ich eigentlich auch eine Partnerin habe, die an meiner Seite steht, ohne dass ich das Gefühl habe, sobald sie mir den Rücken dreht, fällt dann irgendein anderer am Penis unser Bild hin. Und weißt du, andererseits könnte sie sich auch wünschen, dass du, wenn ihr euch kurz den Rücken zukehrt, dich nicht in eine neue verliebst. Weißt du, was ich meine? Was ist schlimmer? Wollen wir abstimmen? Das Ding ist, dass ich das einfach lange nicht mehr hatte, so über meine Emotionen mit deiner Person oder mit deinen Menschen reden zu können. Okay, ich sage L, ihr gebt mir ein A, ich gebe euch ein P, dann gebt ihr mir nochmal ein P und dann machen wir nochmal gemeinschaftlich ein E und ein N dran, okay? Lappen. Kann man das so einfach nur einmal an dieser Stelle einfach einmal so sagen, ja? Lappen. Umut Lappen. Würde richtig gut passen. Erstens hast du keine Freunde, zweitens, was ist los mit dir? Ich hatte ja auch eine sehr lange Beziehung. Die ersten anderthalb Jahre waren alles perfekt. Weißt du, da gibt es sowas nicht, da gab es noch kein Vertrauensbuch. Das wird dir so richtig schnell aufgezeigt, dass es vielleicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei ist. Verstehst du, was ich meine? Ja genau, sie weiß einfach, dass ihre Beziehung war so gut, deswegen war sie auch nach eineinhalb Jahren vorbei, ne? Ja, sie hat richtig Ahnung, wie man sich so in einer Beziehung verhält. Sie weiß auch direkt schon, was zwischen ihm und Jana Maria abgeht. Und dann frage ich mich aber, wie kannst du den interessant finden? Guck mal, stell mal vor, nächstes Jahr ist er dein Freund. Du lässt ihn irgendwo raus, ihr habt vielleicht ein paar Defizite oder Differenzen. Und dann vertraut er sich direkt zu einer Wildfremden genauso an. Weil das wird er dir ja auch antun. Weißt du, was ich meine? Oder ist das bei euch jetzt so true love? Ist das so? Seid ihr auch so seelenverwandte? Ist das so dualseelenmäßig? So wie sich das gerade momentan entwickelt, möchte ich halt einfach, dass sie um mit für sich versteht, dass diese Situation mit der Jana Maria gerade ungesund ist und einfach nicht zusammenpasst. Sie weiß wirklich Bescheid, was gesund ist und was nicht. Und wenn ich Emma-Matratzen wäre, dann würde ich die verklagen, weil sie ist rufschädigend. Er sieht nie happy aus, wenn ich ihn sehe. Das ist mein Nachbar. Der kleine Mann kann endlich reden. Nein, er ist auf dem Weg dahin. Janik, Janik sieht nie glücklich aus. Naja, aber das ist halt Janik, ne? Der hält sich ein bisschen zurück mit der Freude. Aber ich lasse mich ja auch massieren und dass heute mein Kopf zwischen Ja, aber das ist jetzt mal ganz ehrlich. Er ist doch Kamera-Fahren, oder? So was triggert ihn. Okay, aber wenn es ihn triggert, ne? Kurze Frage, so. Ich frage für einen Freund, ne? Warum machst du es dann? Er vertraut dir aber, oder? Oh, das ist so eine schöne Basis. Ihr habt, wirklich, ich wünsche euch alles Glück der Welt. So schön, dass ihr euch habt, ne? Voll die schöne Beziehung. Wenn ich sowas höre, will ich auch. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Eineinhalb Jahre, ne? Und sie sitzt da und sie ist so, ne, mein Freund vertraut mir nicht. I love it. I love it. Ich will keinen Tag mehr Single sein. Ich will genau so. Genau das. Er hat gesagt, wenn er sieht, dass ich hier was mache, was ihn so sehr nervt, dann bricht er alle Rekorde hier bei dem Station Island. Ja, er fragt sich, ob es dafür dann den passenden Abnehmer gäbe. Ich glaube, der Janik wird nicht so attraktiv wahrgenommen in der Villa. Der hat sich das schon ein bisschen verschert. Stell dir mal vor, der kommt jetzt um die Ecke und baggert die Frauen da an. Die werden auch alle so... Ich hab vollstes Vertrauen in unsere Liebe. Und wenn man so ihn hört, dann ist es so, als wenn das eine ganz andere Person ist, ne? Das passt gar nicht zu dem, was sie so über ihn ablässt die ganze Zeit, ne? Sag immer mit Abstand, weißt du? Ja, genau, mit Abstand. Krebsrot sitzt da da mit seinem offenen Hemd, was ihm natürlich sehr, sehr gut steht, so. Und lässt sich einen Laptance geben oder was auch immer. Man sagt hier nichts mit anfassen, ne? Anfassen wäre so überflüssig. Das braucht keinen Schwanz mehr, weil man sieht einfach, dass du sowas von auf sie stehst. Das Ding ist, ich möchte halt nichts überstürzen. Ja, also da bist du auch auf dem besten Wege, das alles wirklich mit Bedacht anzugehen. Ich würde sagen, das Kind ist schon echt fast in den Brunnen gefallen. Für mich wäre das schon genug. Wenn ich der Partner von ihm wäre, ich hätte echt schon genug gesehen. Ich hätte wirklich genug. So, ich weiß nicht. Ich denke manchmal so, vielleicht haben die uns schon vergessen. Ach so, sie ist sich auch richtig sicher in ihrer Bindung, ne? Sie denkt, Lorik und sie hätten sich jetzt schon gegenseitig vergessen. Ja, wie ist es denn? Hast du ihn denn jetzt vergessen? Bist du schon auf dem Weg? Also Denise tut die Beziehung zu Lorik überhaupt nicht gut. Sie ist ein ganz anderer Mensch in meinen Augen, wenn sie über die Beziehung spricht. Sie sollte da ganz schnell einen Schlussstrich ziehen. Ich finde das immer so toll, wie so wildfremde Menschen auf einmal so richtig die Meinung haben, ne? Über deine Beziehung. Die sollte einfach gehen, ne? Schlussstrich ziehen und es ist vorbei. Ähm, also, ja, vielleicht schon. Nein, weil, wenn sie, guck mal, sie sieht ja todtraurig aus, wenn sie über die Beziehung redet, ne? Und sie fühlt sich total toll, wenn sie so diese Single-Frau ist, die überall so mit diesen Flaschen rumschäumt. Also, vielleicht hat der Junge ja intuitiv recht. Äh, ich hoffe, das kann ich ihr natürlich klar machen. Ja, du, ihr kennt euch seit Jahren. Wenn sie auf jemanden hören sollt, dann auf dich. Lorik hat so eine Frau wie Denise überhaupt nicht verdient. Vor allem kennt er Lorik persönlich. Oder hat er sich jetzt wirklich nur verlassen auf ihre Aussagen? Deswegen finde ich es, die Beziehung nicht zu retten und einfach Müll. Das ist Garbage. Ich sage es einfach, wie es ist. Es ist einfach Müll. Die sind beide Dreck. Ich sage es übrigens noch nicht, dass ich das gleich auch von hier denke. Es ist alles dreckig. Wirklich. Ich habe gedacht, ich komme hierher, habe noch eine coole Zeit, bekommen vielleicht Bilder, die mich ein bisschen triggern, aber nicht, die mich so ficken. Ja, was soll man da machen, ne? Bist du eventuell leicht reizbar oder so? Oder so doppelmoralisch oder so? Nein, ne? Ne, an dir liegt es nicht. Es liegt nur an Jana Maria. Machst du das dann auch so mit? Machst du dann auch dort einen Typen rum? Mach da gerade eine Projektion? Weil warum denkt er jetzt, Jana Maria würde da mit jemandem rummachen? Also für mich klingt das ein bisschen so, als würde er jetzt so da ein bisschen so mehr reininterpretieren, um vielleicht zu rechtfertigen, was er demnächst vorhat. Also was diese drei Typen bei Jana gemacht haben, habe ich in ihren Augen gesehen, wie sie das genossen hat. Ja, wie kann sie nur, ne? Also ich glaube halt auch, wenn die Jana Maria das genossen hat, dann habt ihr zwei mehr gemeinsam, als du denkst. Und dann passt ihr vielleicht doch ganz gut zusammen. Weil alles, was Emma mit dir macht, Emma Matratze, das genießt du auch. Vertrau mir. Jana will nicht Kinder. Jana will auch nicht heiraten. Jana will ihr Party leben und genießt das. Also wenn Jana keine Kinder und keine Ehe mit dir haben will, dann hat sie einen verdammt guten Instinkt, der sie vor Schlimmerem schützt. Die hat die Jungs schon dazu animiert. Die hat schon das Gefühl gegeben, ihr könnt bei mir weitergehen. Ich habe Lust drauf. Ich bin pervers. Und was weiß ich was? Ja. Was ekelhaft ist. Ja. Deswegen blockt er Emma auch immer komplett ab, sodass sich Emma bloß keine Hoffnung macht, ne? Diana soll es so machen wie der Ohmut. Und dann fließt das Alkohol und da verliert sie die Hemmung und dann macht sie irgendeine Scheiße. Man könnte eigentlich auch, wenn man jetzt nicht wüsste, dass sie über Jana redet, könnte man denken, er redet über sich. Ich will, dass sie ihre eigenen Bilder sieht und selber, von sich selber aus reflektieren kann. Vielleicht buchen wir auch ein Kinosaal und zeigen euch jeweils eure eigenen Bilder und dann könnt ihr beide einmal anfangen, eure Bilder zu reflektieren. Diana, was siehst du denn da gerade? Erklär mal. Ja, Ohmut. Und was siehst du da so gerade, wenn du mit deiner Emma da draußen bist und ihr euch anflirtet und ihr euch anguckt und von Schicksal redet und so weiter? Ich kann auch nicht irgendwo immer mit der Angst leben, Alter, dass sie dann irgendwo, wenn sie in Marbea ist, nicht in Deutschland, irgendeine Scheiße vielleicht passieren könnte. Also ich bin hart schockiert, ne? Weil ich einfach nicht glauben kann, dass er nix reilt, ne? Da reilt ja einfach gar nix. Quar nix. Wenn sie mir das nicht erklären kann, dann werde ich erst dann beim Finale angefeiert, bis dorthin, egal wie sehr ich mich hier in dieser Villa aufrege, erst dann aufgeben und den Ring. Warte mal, bevor er gleich denkt, Kroatien sei eine Insel, einmal ganz kurz für mein Verständnis, dieser Ring, ne? Bedeutet das, die beiden sind verlobt? Also sie wohnt in Spanien und er wohnt irgendwo in Köln oder so. Die schlafen jeden Abend auf FaceTime ein, haben noch nie zusammen gewohnt und gar nix und so. Und er betrügt sie und sie verzeiht ihm und so weiter, aber die haben sich zwischendurch auch noch verlobt, ne? Okay. Ja. Werde ich hier auf Kroatien lassen. Was ist deine Lieblingsinsel auf den Kanaren? Auch Kroatien? Ja, meine auch. Grand Kroatia. Ist eine richtig schöne Insel. Ich werde den Ring auf Kroatien lassen. Da drauf. Beim Lagerfeuer. Und werde treu rausspazieren als Single. Und ich bleibe aber nicht lange Single, weil Emma, Madratze, wartet um die Ecke auf mich und dann habe ich direkt schon eine neue Freundin. Und dann passt doch alles, oder? Nimm was Gutes. Gib einen Kuss auf die Backe. Ich denke, Umut wird keinen Kuss verteilen. Okay, wow. Okay, wow. Okay, also. Die Ladies sollen so Sachen aufschreiben für Wahrheit oder Pflicht oder nur Pflicht und dann auch direkt einmal einschätzen, ob deren Partner diese Pflichtaufgabe machen würde. Wenn Umut die Frage oder die Aufgabe gestellt bekommen würde, Emma einen Kuss auf die Backe zu geben, Glaubt sie, dass Umut das nicht machen würde? Glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann? Oder glaubst du daran, dass man in dieser spanischen Lotterie wirklich Geld verdienen kann? Oder glaubst du, dass das kein Polyester ist? Ja, und jetzt ist der Moment da. Wird Umut Emma einen Kuss auf die Backe geben? Sie hat gerade die Aufgabe vorgelesen. Lies, nein. Gib einer Verführerin deiner Wahl einen Kuss auf die Backe. Boah, wenn du das machst, dann kotze ich. Ich sage ja auch die ganze Zeit nein. Naja, wozu du so nein sagst, noch in dieser Folge, bevor du von dem Kuss auf die Backe erfahren hast, werden wir sehen. Da haben ein Typ mal einfach ihre Füße im Maul. Umut. Abo. Abo, los. Umut hat Emma einen richtig schönen langen Wangenkuss gegeben. Also, für mich sind die beiden eigentlich ein perfect match, weil die nehmen sich beide nix. Muss ich ganz ehrlich an der Stelle so sagen. So, Yannick wurde jetzt dazu aufgefordert, sich einen Lapdance von einer Dame seiner Wahl geben zu lassen. Hat er gesagt, möchte er nicht. Ich würde Yannick mit den drei Worten beschreiben. Und zwar, devot, langweilig und super langweilig. Wie gut, dass Monique so spannend aussieht. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Typ, der seine Freundin nicht leiden lassen möchte. Mal was davon gehört. Und wie geil, wie ihre Gelnägel so aneinander klatschen. Die so eins, zwei, drei. Nein, er ist einfach ein standhafter Mann. Das würde man sich eigentlich wünschen. Denn sagt Yannick, Umut übernimmt. Und Umut macht es dann auch. Ich würde sagen, nee, er hat seine Aufgabe nicht gemacht. Dann muss er vielleicht was anderes machen oder so. Aber Umut übernimmt sogar noch die Aufgabe von Yannick. Klar, weil er liebt seine Frau über alles. Okay, es ist einfach alles ein bisschen crazy. Umut steht natürlich direkt auf. Und Yannick Maria glaubt, dass Umut nicht auf Blonde steht. Und warum nicht? Ja, weil es Braun nicht mehr gab. Also es gab kein Braun mehr. Deswegen hat er sie genommen. Ja, natürlich lässt er sich ein Labdance von der Süßen hier geben. Obwohl er gar nicht auf Blonde steht. Also er kriegt da auch schon einen leichten Würgelreflex. Und das finde ich auch ziemlich geil. Also die Kader findet ihn, glaube ich, auch ganz schön hot. Ich muss sagen, er ist für mich auch der Hotteste von allen. Ich würde auch schwach werden. Und da staune ich nicht schlecht, dass die Kader da so ungezügelt ist. Ja, auf einmal ging die Live-Performance von Kader los. Und Mimimi wollte so tun, als wenn das Ganze okay wäre. Sie ist richtig so... Okay, wieso singt sie so schief? Okay, voller tolle Song. Also sie ist eine Diva, die muss man einfach feiern. Und Kader so... Ich schenke dir mein Herz. Sag, dass du mich liebst. Sag, dass du mich liebst. Ja, also ich glaube, im Song wurde kein Autotune verwendet. Sie singt auch live sehr gut. So gut. Wahnsinn. So gut. Wow. Wow. Das ist toll. Wirklich ganz souverän auch gesungen. Fast so wie Loredana, wenn sie versucht zu rappen. Ich denke, auch die ganze Analyse und eventuell... Mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen reflektiert und habe ich dir Bilder geliefert, wo ich sie verletzt habe oder so, weißt du? Nee, auf gar keinen Fall. Als es du das am Anfang gesagt hast, du lügst ihr immer an, wenn du feiern gehst, warum sollte sie das verletzen? Okay, pass auf. Sag mal was noch Schwieriges. Hey, ich bin ein Räumer und ich bin ein Räumer. Sie hat bestimmt irgendwas ganz Süßes gesagt. Hey, du bist voll der aufrichtige Mensch, der auf die Gefühle seiner Freundin achtet. Und das schätze ich sehr an dir. Bestimmt, ne? Was heißt das? Was? Dass du so aussiehst, als wenn es dir nicht gut geht? Oder keine Ahnung, hat dich eine Mücke ins Gesicht gestochen? Oder was will sie damit sagen? Und ich habe gesagt, Joel Skadell heißt, ich liebe dich. Oh, wie schön. Ich finde, das ist auch ziemlich angebracht. Die kennen sich jetzt schon sechs Tage. Erst noch vergeben, da kann man das schon mal sagen. Ja, nee, ich finde nicht, dass sie irgendwas überstürzt macht oder naiv ist oder dumm oder so. Auf gar keinen Fall. Sie hat mir noch mal gezeigt, was mir in der Beziehung fehlt. Oh, das ging aber schnell. Ja, und warum fuckst du dich jetzt so ab, dass Jana Maria sich auch fallen lässt und so? Und verstehe ich jetzt nicht. Ja, Jana Maria gönnt sich. Abstand, die schönsten Füße, die ich angefasst habe. Ohne Scheiß. Sieht auch gepflegt aus. Wow, wundervoll. Darf ich? Einmal reinbeißen, so? Komm, einmal so. Ich beiß mal hier so. Mal machen. Alter, die beiden spürzen gleich ab, ne? Ich glaube, die sind auch schon mehrfach gekommen in der Hose. Die sind ja so geil auf ihre Füße. Der eine jetzt richtig so, darf ich einmal deine Stingel Füße lecken? Dass sie mich heute an ihre Füße reingelassen hat, das war schon so ein Highlight. Das war wie Weihnachten und Silvester zusammen, aber die beiden Jungen streiten jetzt richtig um die Füße, ne? Die lieben beide Käse. So, jetzt gibst du sie mir, weil sie gehören mir. Sie gehören mir. Küss. Und dazwischen sind noch so Fussel von ihren Socken. So richtig schön den ganzen Tag. Bisschen eingeschwitzt und so. Gib sie mir, sie gehören mir. Ich liebe Käse-Fondue. Jana Marias Füße haben einen unwiderstehlichen Duft. Ja, die sind so lecker. Ich sag es euch, es ist so bitter und salzig. Und ich bin eher so ein herzhafter Typ. Es ist einfach so geil. Ich hab keinen Fußfetisch, nein. Ich glaube, sie hat ein bisschen Rollentausch hinter sich. Dass sie die Verführerin ist und ich der Vergebene. Ja, weil er steht halt abgöttisch doll auf Füße. Also, das kann er uns nicht andersrum erzählen. Und sie verführt ihn mit ihren Käsebauten. Wie sagt man? Käsebauten? Käsebautzen? Und er ist jetzt nochmal, jetzt wird es nochmal richtig wissen. Jetzt hat er nochmal richtig Hunger auf den Nachtisch. Und er leckt es einmal komplett alles ab. Ja, und sie genießt es. Ja, und das ist dann... Dafür gibt es keine Treffer in deinem Bestellverlauf. Nee. Wettere Bestellungen findest du unter meine Bestellungen auf Amazon. Ja. Okay. Was soll ich da bestellt haben? Irgendwas mit Füßen? Weiß man nicht. Auf jeden Fall ist sie sauer. Oder findet sie ein Labdance schlimm? Aber das nicht, oder was? Ich fände das schlimm. Ich habe ja keinen Freund, ne? Aber deswegen dürfte ich eigentlich auch gar nicht über Beziehungen reden. Auch nicht hypothetisch. Aber hätte ich einen Freund, ne? Und der würde sich so im Fernsehen die Füße lecken lassen von einem Fußfetischisten. Dann wäre aber die Hölle los, ne? Ich würde deswegen abbrechen. Ich sage euch das. Ich sage euch das. Das ist wie ein Vorspiel. Wenn der nicht sapschig unten wurde mit einem Lusttropfen, mit einem dicken, fetten Runden, dann weiß ich auch nicht. Was ist los? Ich glaube, ich habe es mir jetzt selber versaut. Und was denn? Was denn? Wegen deinem Schottding, oder was? Hä? Ja, also Denise hat wieder Shots verteilt. Ja, und jetzt glaubt sie, sie hat sich das versaut, ne? Aber dass der Lorik auch Shots verteilt hat, und zwar so, als wenn er den in den Mund pissen würde, das hat sie jetzt kurz vergessen, ne? Was ist das denn für eine Doppelmoral? Guck mal, als wir anfangen, was für eine Scheiße der gebaut hat. Ja, ich weiß. Und er hat den Frauen ins Gesicht gespritzt mit der Champagnerflasche. Ja, ich weiß auch, dass das eigentlich überhaupt gar nicht schlimm ist oder irgendwas. Aber ich habe ja keine Bilder gekriegt. Und dann denke ich mir... Vielleicht hat er sich gebessert und jetzt bist du das Arschloch. Ja, ganz genau. Boah, bist du dumm. Also ich meine, die Mimimi kriegt ihre eigene Beziehung nicht hin, ne? Das steht so auf einem Stern. Aber wie sie die von Lorik und Denise bewertet, ist eigentlich schon ziemlich on point. Ich bin wie ein Vampir. Vampir, du saugst, ja? Ja, bin ich. Aber wo saugst du genau? Überall. Überall? Kannst du überhaupt saugen? Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also Kadett hat schon Bock auf den, ne? Auf den Sprössling. Kosta wirkte gestern auf mich so ein bisschen, ja, so männlich. Ich habe ihn mir so ein bisschen als Mafiosi vorgestellt. Ja. Okay. Sie hat auf jeden Fall auch ein paar Tropfen da unten, würde ich sagen. Dein Partner kontrolliert dich permanent. Ich kann es mir selber geben. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Die lernen gerade, die neue Generation lernt gerade, was Red Flags sind und was nicht. So, und bei ihr ist ja auf jeden Fall schon mal Einsicht da, ne? Du kannst nicht auf der einen Seite ein Verbot aussprechen oder verlangen, dass eine Person nicht feiern gehen soll und auf der anderen Seite irgendwie in den Playboy wollen. Das bedeutet eigentlich, wenn sie dir gleichziehen würde, ne, warte mal ganz kurz. Erstens, du stellst es also gerade auf das gleiche Podest, ne? Also Lorik sieht zwar gut aus, aber ich glaube, der ist nicht wirklich sehr, 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 sehr intelligent, weil das bedeutet also, sie verbietet dir Feiern gehen und du sagst, das Gleiche ist in den Playboy gehen. Was machst du daraus? Du gehst heimlich feiern. Sollen sie jetzt heimlich in den Playboy? Und da du Feiern ja dann weiterhin okay findest, müsstest du ja jetzt eigentlich auch Playboy okay finden oder was geht da ab? In einer Männervilla ist viel passiert und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir heute alleine reden können. Das ist die Vorschau auf die nächste Woche, liebe Leute. Der Umut hat wahrscheinlich den kleinen Umut irgendwo reingesteckt. Das fühle ich auch hier in meinem Venus-Hügel und das finde ich nicht okay. Okay, ne, aber gut, was haben wir da erwartet? Leute, wir sind fertig. Ich hab euch lieb, piep, 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 ne? Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß bei dieser Folge. Vergesst nicht, ne, hört bei Trashologie rein, falls ihr noch nicht on the tour seid, ne, weil übermorgen kommt ja auch schon die dritte Folge, ne, um 0.01 Uhr, also von Mittwoch auf Donnerstag um 0.01 Uhr. Also eigentlich schon morgen ungefähr um diese Zeit. Und da wollt ihr doch Folge 1 und Folge 2 gehört haben. Und dann lasst hier ein Abo da, seid ganz schöner Zuschauer, aktiviert die Glocke und geht auch rüber auf Insta, weil da finde ich auch statt. Und auf TikTok auch und auf Onlyfans auch. Und ja, ciao!